Wir sind Regio Spitex Limmatal, wir sind eine öffentliche Spitex-Organisation mit rund 100 Mitarbeitenden und die erbringen Pflegeleistungen bei Kunden zu Hause, die auf Hilfe angewiesen sind. Wir haben den Beekeeper vor rund eineinhalb Jahren eingeführt und seither haben wir einen guten Fortschritt in der internen Kommunikation machen. Der Beekeeper ist für uns ein sehr wichtiges Tool, weil wir so Informationen an unsere Mitarbeiter weiterleiten können. Vor der Beekeeper haben wir sehr unterschiedlich kommuniziert. Wir hatten verschiedene Kanäle, von Mail über Papier bis hin sogar zu WhatsApp. Das war sehr schwierig, um zentral zu steuern. Darum sind wir froh, dass wir jetzt alle ein Tool vereint haben. Der Beekeeper ist ein sehr einfaches Tool, das jeder Mitarbeiter bei uns bedienen kann. Und weil die Mitarbeiter sehr dezentral arbeiten und den ganzen Tag unterwegs sind, können wir auf Knopfdruck alle Informationen zeitnah zu Ihnen aufs Handy spielen. Das war sehr wichtig. Vielen Dank.